Woche 19, Tag 1. Ich habe auch in dieser Woche jetzt meine Trinkseinheiten brav erledigt mit einem Schwimmen und einer Krafteinheit oder Stabeinheit oder wie immer man das nennen mag. Beim Schwimmen stagniere ich zurzeit so ein bisschen von den Leistungen. Da bin ich ja wahrscheinlich ein Stück weit selber dran schuld, weil ich eigentlich nicht die Technikübungen mache, die im Trainingsplan stehen, sondern einfach die Distanzen schwimmen. Wenn ich von den Zeiten zwar zufrieden bin, aber halt jetzt keine Steigung mehr aktuell drin ist, muss ich mir überlegen, wie ich da weitermache. Kann jetzt natürlich auch an dem Wochenende liegen. Ich habe natürlich auch jetzt gerade nicht sonderlich viel Schlaf gekriegt nach dem Super Bowl und dann heute gleich das Schwimmen und das Stabiltraining hinterher war dann natürlich etwas viel oder halt einfach schlecht erholt. Mal gucken, ob es die nächsten Wochen dann sich verändert. Jetzt diese Woche ist erstmal eine Active Recovery Woche. Es sind jetzt nur kürzere Einheiten, genauso viele, aber kürzere Einheiten drin und eigentlich wäre jetzt übermorgen ein Pausetag. Den habe ich heute verlegt auf Freitag, wo ich am Freitag wieder reisen muss, und dass ich dann da nicht so viel Stress noch habe mit dem Trainieren. Genau. Ja, soviel für heute. Und dann geht's morgen weiter. Morgen habe ich eine kurze Radanheit. Bis dahin. Ciao, ciao.